Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Captain Marvel, die Vernichterin. Du hast mir alles genommen und jetzt werde ich mich revanchieren. Was war das denn? Sie hat unsere Lichtkräfte miteinander verschränkt. So dass wir Plätze tauschen, wenn wir sie benutzen. Starke Theorie. Du kannst Licht absorbieren. Ich kann es sehen. Und Kamala. Wer ist Kamala? Hi. Sie kann Licht in greifbare Materie verwandeln. Was wirklich schwer zu glauben ist. Ich kann es euch ja zeigen. Nein! Sie greift jeden Planeten an, den wir Heimat nennen. Es war nie meine Absicht, andere da hineinzuziehen. Du bist nicht die Einzige zwischen dem hier und dem Universum. Oh, wirklich, wir sind ein Team? If you want a better go into now! Höher. Weiter. Schneller. Na, mein süßer kleiner Goose? Oh, mein Gott! Ich kann das nicht. Ich... Kannst du... Mach das schon. Do it!